Verschickst du noch keinen regelmäßigen E-Mail-Newsletter, weil du Angst hast, als Spammer gesehen zu werden? Oder verschickst du höchstens zweimal im Jahr eine E-Mail, weil du denkst, dass häufigere E-Mails deine Leute nerven würden? Dann bist du genau richtig hier. Ich bin Sandra Holzer und ich zeige dir, wie du mit Social Media von Kunden gefunden wirst. Und ich sage dir in diesem Kitchen Talk, dass du unbedingt ganz regelmäßig einen E-Mail-Newsletter verschicken solltest und wie du das schaffst, dass deine E-Mails nicht als Spam rüberkommen, sondern gern gelesen werden. Warum sollst du regelmäßige E-Mails verschicken? Ganz einfach, du willst in Erinnerung bleiben, denn die meisten Leute sind nicht sofort bereit zu kaufen. Das heißt, wenn du eine Dienstleistung verkaufst, dann haben die Leute vielleicht gerade noch nicht das Budget oder gerade noch nicht den Bedarf, aber in einem halben Jahr sieht das ganz anders aus. Wenn du jetzt regelmäßig E-Mail-Newsletter verschickst, dann bleibst du in Kontakt, in Erinnerung und die Leute können kaufen oder buchen, wenn sie soweit sind. Das heißt, du baust langfristig wertvolle Beziehungen auf. Damit das funktioniert und deine E-Mails nicht nerven, mach den Freunde-Check. Und hier sind drei Tipps, wie du den Freunde-Check bestehst. Erstens, lerne deine E-Mail-Abonnenten richtig gut kennen, denn je besser du sie kennst, umso besser kannst du Angebote verschicken oder Informationen verschicken, die für die Leute relevant sind. In deinem Freundeskreis, du würdest doch, angenommen, du hättest einen Veganer wie mich zum Freund, du würdest mir doch auch kein Steak-Soßen-Rezeptbuch zum Geburtstag schenken, oder? 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 Also, stelle regelmäßig Fragen in deinen E-Mails und finde heraus, was deine E-Mail-Abonnenten hören wollen, welche Probleme die haben, wozu die gerne mehr erfahren wollen, welche Produkte die ganz toll finden, welche Produkte die gerne in deinem Shop sehen wollen würden, solche Sachen. Und so hast du deine kleine Marktforschung und kannst anhand der Ergebnisse deine E-Mails noch besser, noch relevanter gestalten und kannst sogar deine Produkte noch kundenfreundlicher gestalten. Der zweite Tipp, mit dem du den Freunde-Check bestehst, wertschätze die Leute auf deiner Liste. Das sind nicht einfach nur nackte E-Mail-Adressen, da verbergen sich Menschen dahinter und die musst du auch als solche behandeln und du willst für die Leute regelmäßig da sein. Überleg mal, in deinem Freundeskreis die Leute, die dich anrufen, weil der Umzug ansteht oder die Küche renoviert werden soll, das sind nicht unbedingt die besten Freunde, die du hast, nehme ich mal an, weil das sind Leute, die sich nur melden, wenn sie deine Hilfe brauchen oder wenn sie überhaupt irgendwas von dir brauchen. Die finden wir scheiße, diese Leute, weil das fühlt sich an, als würden die uns ausnutzen. Jetzt stell dir mal vor, du verschickst nur zweimal im Jahr eine E-Mail an deinen Verteiler, immer dann, wenn du was zu verkaufen hast. Dann geht es deinen E-Mail-Abonnenten ganz genauso. Die denken, die meldet sich nur, weil sie wieder was loswerden will. Das heißt, sei regelmäßig da für die Leute, gib denen regelmäßig wertvolle Inhalte und Tipps weiter und dann ist es auch okay zu verkaufen. Ein Wort hier noch, wenn du einen Online-Shop besitzt, dann sieht das Ganze etwas anders aus, denn dann erwarten die Leute von dir regelmäßig Informationen, vielleicht auch Angebote zu deinen Produkten. Das ist ein Sonderfall. Wenn du jedoch im Dienstleistungsgeschäft bist, dann musst du erst geben, bevor du nimmst. Denk nicht nur an den kurzfristigen Verkauf, sondern denk langfristig, so wie du das bei deinen Freunden auch machst. Und mein dritter Tipp, um den Freund jetzt checkt zu bestehen, sprich mit deinen Abonnenten wie mit deinen Freunden. Wenn du deinen E-Mail-Newsletter verfasst, denk einfach daran, wie würdest du jetzt eine E-Mail an einen guten Freund schreiben? Minus die Schimpfwörter und die unflätigen Begriffe natürlich. Das heißt, sei persönlich. Sprich die Leute persönlich in der Du- oder Sie-Form an, aber auf keinen Fall in der Mehrzahl. Da sitzt nicht eine Gruppe von Leuten an ihrem Laptop zusammen und liest deine E-Mail. Da sitzt eine Person. Also sprich in der Einzahl mit den Leuten. Flechte auch persönliche Geschichten ein. Was hast du gestern gemacht? Gibt es einen Aufhänger, eine persönliche Geschichte, die du aufgreifen kannst, um dann auf das Thema deiner E-Mail zu kommen? Oder kannst du ein Foto auch vielleicht von dir einfügen? Mach es persönlich, denn Geschichten werden besser erinnert. Und je persönlicher du bist in deiner E-Mail, umso eher können sich deine Leser mit dir identifizieren und können dich kennenlernen und lieben lernen. Also wenn du diese drei Tipps befolgst, dann wirst du merken, werden deine E-Mails gern gelesen, weil deine Leser sich gewertschätzt fühlen, weil du ihnen weiterhilfst und tolle Sachen gibst, weil die dann auch warten auf deine Angebote und weil einfach eine langfristige Beziehung entstehen kann. Also mach auch du den Freunde-Check. Schau dir deine jetzigen E-Mails an. Würdest du so mit deinen Freunden reden? Und wenn nicht, dann befolge diese drei Tipps. Und jetzt möchte ich gerne noch von dir wissen, wie gehst du das Thema E-Mail schreiben an? Wie sorgst du dafür, dass deine E-Mails persönlich werden? Oder hast du vielleicht noch einen Tipp, den du teilen möchtest? Dann verrate mir den im Kommentar unter dem Video. Wenn du neu hier bist, dann melde dich für meinen YouTube-Kanal an oder abonniere meinen E-Mail-Newsletter, das Social Media 1x1, in dem du wöchentlich von mir einen Tipp bekommst, wie du mit Social Media von Kunden gefunden wirst. Also frohes Schaffen und wir sehen uns im nächsten Video.